hier ist wieder der testmacher von youtube und heute geht es um ein geniales bierholster und jetzt zeige ich euch erstmal wo das produkt überhaupt kaufen könnt und den great gadgets 1880 bierholster classic die gibt es bei amazon zu kaufen kostet jetzt 17 euro 90 und ist versandkostenfrei und hier haben wir das bierholster classic jetzt so schaut die verpackung aus und da wollen wir es mal raus holen nichts mehr drin so sieht es aus sie sagt leder hier so vernäht und dann noch mal genietet also sehr hochwertig und stabil das hier ist die rückseite alles sehr sauber verarbeitet da gucken jetzt auch keine nähte oder irgendwas raus an fäden schon sehr gut hier kommt dann halt die flasche rein dass sie müssen noch ein bisschen so nach unten gehen und hier ist halt für den gürtel dann durchzuziehen zum befestigen ich wollte euch noch was zeigen ich habe hier so ein nylon gürtel der ist jetzt circa 3,7 zentimeter breit 3,7 hier wäre das holster und der passt gerade so da rein breiter dürfte er jetzt aber auch nicht mehr sein weil dann wird man den da mit friemelei nicht mehr so gut rein bekommen so das habe ich schon fast durch so also das passt noch ganz gut 3,7 zentimeter aber breiter ist eher schlecht wir haben hier zwei flaschen einmal eine immer hier sieht 0 5 flasche und dann noch eine etwas kleinere wie man hier mal sieht im vergleich das ist es eine 0 33 flasche so jetzt gehe ich mal gerade vor die kammer zeige ich euch das mal die holt er einfach steckt er hier rein das war es schon könnte dann wieder raus ziehen geht so aber am einfachsten geht es gerade die finger drauf stecken und dann so hoch das ist jetzt die kleinere flasche die wird einfacher halt weil die halt nicht so ein ein dicken umfang hat aber die große die sitzt perfekt jetzt will ich noch ausprobieren wie fest die flasche die 0 5 war in dem holzer überhaupt hängt und dazu mache ich jetzt mal ein paar faxen ich habe mir schon was gezerrt ich bin zu alt mit weinen fast 40 jahren ja wie man sieht die hält wie sau in dem holster da fällt nichts raus also wenn ihr sowas sucht als geschenk eine sehr lustige idee kostet ja auch nicht viel könnt ihr euch gerne bestellen link zu dem produkt im textfeld unter dem video klickt da drauf kommt direkt hin und bauen wir wieder den festmischel und dann bis zum nächsten video